Yo Leute was geht ab, herzlich willkommen zum nächsten Video, freut mich also wie ihr da seid, herzlich willkommen, ich hoffe euch geht es allen gut Wir sind bereits in der Slot TV heute zocken, ich würde mal sagen, ja, auf 1€ ganz entspannt Falls euch meine Videos gefallen, hinterlasst doch gerne mal ein Abo da, hinterlasst auch gerne Slot Wünsche Hier die Slot TV, ich zocke es auch ein Slot Wunsch Wo direkt die Freispiele kommen, beste Slot Wunsch aller Zeiten beim ersten Dreh Ich hab die Slot vorher noch nie gespielt, wir sind direkt drin, aber wir kriegen die niedrigste Anzahl an Spielen 7, ok, mal gucken was die Slot kann, gönn einfach, gönn einfach, so schnell Freispiele Ok, Sticky White ist immer gut, ah der Kobold, so bleibt der Kobold Gönn, gönn, Schmutz, nur hinten der Kobold, ach komm, ach hör mir auf Ach hör mir auf Tu, und wieder hinten, hinten alles voll Schmutz Soll das ein Witz sein? Willst du mich komplett verarschen? Ist das so ein Spiel, wo bei jedem zweiten Drücker, wo man da Freispiele bekommt oder was? Was ist denn jetzt? Ähm Okay, geht wieder Ich war noch gar nicht richtig fertig mit dem Intro, was ich alles sagen wollte Und dann kamen schon die Freispiele rein Und dann kommen einfach Freispiele 1 Euro Okay, alles klar Schmutz sein Vater auf jeden Fall die Freispiele Ich hoffe die kommen jetzt aber ganz schnell nochmal Das war ja wirklich frech Was passiert? Okay Bei zwei Skatter kommen die Kobolde heraus 8 Euro nehmen wir mit Ich glaube das Freispielsymbol, also die Skatter kann nur auf 1, 3 und 5 kommen Wenn ich das so richtig gesehen habe In den ersten Spins Oh Mann ey Direkt rein in die Freispiele Und sie zahlen einfach nichts Also das ist ganz, ganz traurig Und jetzt kommt noch nicht mal der Nachschmiss Eigentlich müssten nach so Freispielen direkt nochmal Freispiele kommen Das müsste Müsste einfach im Gesetz stehen So was ist Oh, wollte ich gerade sagen Ich bin Recenter Ich bin ein milder Ich bin ein liebär Wenn ihr ein liebär Ich bin ein liebär Hat mir ein liebär Ich bin einschwörlich Ich bin einschwörlich Das war ich Ich bin einschwörlich okay es sind sie doch so aus ob das ja wie soll ich sagen also die freie spiel denn doch nicht so einfach kommen 1,75 ich glaube höchster gewinn bis jetzt oder an der quatsch werden ja eben acht euro ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt aber damit bin ich schon nicht zufrieden gibt es nicht darauf komme ich immer noch nicht klar dass direkt die freie spiele kommen und abs und einfach ein euro bezahlt zu können ja wohl korrekt so ein feiniger können jetzt höher ok 9 besser als 7 besser als 7 so und jetzt können vorne kobolde können sobald zu 2 jawohl sehr schön und jetzt sind jetzt können die hinbekommen jetzt schallert hinten das sieht doch schon mal vernünftig aus 21 euro nehmen wir mit und wir haben noch drei freispiele hallo was denn jetzt kriegen wir jetzt sogar noch eine verlängerung okay korrekt wir kriegen auch fünf spiele extra bestes dort wunsch ever ich küsse dein auge der die slot empfohlen hat komm gönn noch mehr kobolde das sind jedes mal 21 sind jedes mal 20 euro auf jeden fall ganz korrekt und noch ein kobold warum habe ich die slot nicht schon vorher gespielt 26 euro noch mehr kobolde jawohl und noch einer ich mag die slot geiles 38 euro das werden gute freispiele das werden sehr gute freispiele für 1 euro und noch ein kobold bald haben wir vollbild vollbild kobolde kann passieren kann passieren 87 euro dick oh mein gott oh mein gott ich drück drauf ich drück drauf ich drück drauf ich glaube das sind wieder so um die 80 euro ich drück rein geil geil ach du scheiße da sind wir schon jetzt über 100 oder es müssen über 100 sein geil geil was sind das für freispiele alter und noch ein kobold die haben ja gar nicht mehr auf die haben ja gar nicht mehr auf oh wie viel ist das 640 euro haben wir schon und wir haben noch ein spin gönn also das waren seit langem wirklich seit langem die besten freispiele wenn nicht sogar die besten freispiele die ich hier jemanden habe jemals hatte auf dem euro auf jeden fall zumindest auf dem video festgehalten 803 euro 25 dicker auf einem euro dicker was soll ich sagen was soll ich sagen ganz korrekte slot eine ganz wilde slot gönn 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 doch komm ich geh mal noch ein höher auf 2 euro ja geil nochmal so freispiele ich sag ja aber sehr wahrscheinlich kommen jetzt die nächsten freispiele gar nichts mehr nach so einem geilen gewinn okay direkt zwei kobolde ich habe nur nicht verstanden eben warum ich eine verlängerung bekommen habe okay hier kommt jetzt wenig ganz wenig aber immer noch besser als die ersten freispiele ja okay dann kann man das dort auch nicht böse sein dafür waren die freispiele ebenso gut ich würde auch sagen wir machen ein cut wir haben genug von der slot gesehen beste slot seit langem wirklich also dies wird da gehe ich definitiv in zukunft auch nochmal rein mega ich würde sagen wie gesagt wir machen ein cut 1000 euro da geht es beim nächsten mal weiter ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe die freispiele haben euch gefallen hinterlasst gerne einen daumen nach oben und hinterlasst auf jeden fall der slot wünsche in den kommentaren wie ihr seht ich zock die und bis zum nächsten mal bleibt gesund und hinterlasst auch gerne bei twitch ein follow da geht es wirklich jetzt sehr 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 bald los und zwar am sonntag den 24.01. und bis dahin bleibt gesund auf Wiedersehen das wären überhaupt noch bis zum nächsten Mal